Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin pumpt etwas. 27.400 US-Dollar. Es geht in die richtige Richtung, genauso wie wir es gestern besprochen haben. Long-Position läuft. Ob wir gegebenenfalls nochmal aufstocken oder wie wir jetzt im Endeffekt weitermachen mit unserer Position, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Update-Video anschauen. Natürlich blicken wir auch auf Ethereum, wir blicken auf die wichtigsten News auf jeden Fall noch und wo wir die nächsten Profite nehmen und wie jetzt im Endeffekt der weitere Fahrplan lautet. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und wenn ihr noch eine Börse sucht, kann ich euch nur meinen Partner Bingings empfehlen. Ihr habt weiterhin die Möglichkeit, euch 50 US-DT, also ein 20 und ein 30 US-DT-Free-Trade zu ergattern. Ihr müsst dafür nichts einzielen, einfach anmelden und dann kriegt ihr die Bonuse gut geschrieben. So, und damit genug Werbung gemacht. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Analyse. Bitcoin, wie gesagt, 27.400 US-Dollar. Wir haben ja gestern schon mal drüber gesprochen, dass ich in die Long-Position reingehüpft bin und das Ziel auch ungefähr hier dieser Bereich jetzt erst einmal war, die 27.400 US-Dollar. Wir haben dann eben diesen Impuls jetzt nach oben hinbekommen, eigentlich sehr, sehr schön, beziehungsweise hatten wir zwei Impulse, wenn wir das mal ein bisschen genauer hier betrachten. Wir machen jetzt mal unsere Seitwärts-Range weg. Nach dem Video, beziehungsweise gestern, hatten wir dann im Endeffekt diesen Impuls nach oben, schön impulsiv, dann wiederum in diese 1-Stunden-Demand-Zone, die ich euch jetzt wieder einzeichne, das ist dieser Bereich hier, haben wir diesen Support im Endeffekt wieder zurückerobert, beziehungsweise auch halten können und daraufhin gab es dann heute Nacht einen ordentlichen Move nach oben bis 27.400 US-Dollar. Und das ist genau so dieser Move, den wir im Endeffekt gestern ja auch besprochen haben. Wir haben noch kein höheres Hoch, das muss man auch dazu sagen. Also diese Hofsee drüben würde ich mir gerne noch abgreifen, aber das übergeordnete Ziel, auch wenn wir ein bisschen Heatmap, ich glaube vorhin hat es irgendjemand in die Gruppe gepostet oder ich weiß nicht, ob es schon in der Gruppe war, auf jeden Fall irgendwo habe ich es gesehen, Heatmap-mäßig 27.800 US-Dollar wäre so der nächste Bereich, der anvisiert werden würde. Dort müssen anscheinend eine Menge Stop-Losses liegen. Wir haben auch hier oben schon gestern drüber gesprochen, wir haben hier eine schöne 1-Stunden-Supply-Zone, also ein schöner Widerstand bei dem 0,5er-FIP-Level und ihr wisst, zuletzt wurde immer wieder das 0,5er nur angelaufen. Wir haben teilweise knapp das Golden Pocket immer wieder verfehlt, ihr könnt euch an die vergangenen Trades erinnern, wo teilweise um 3-4 Dollar teilweise mal verpasst wurde und im Endeffekt könnte das jetzt genau auch hier wieder passieren. Also ich habe jetzt die ersten Profite rausgenommen, das nächste Ziel, wie gesagt, sind jetzt erstmal hier die 27.800, also das 0,5er-FIP-Level, besser wäre es und da haben wir auch gestern schon drüber gesprochen, wenn wir einfach hier sogar in Richtung 28.1 bis 28.4 vorstoßen würden. Warum? Einerseits wegen dem Golden Pocket, andererseits haben wir hier noch ein schönes kleines Void, eine kleine Ineffizienz hier oben liegen, die wir uns noch abfischen könnten und wenn wir den Trailer's Reality-Indikator anmachen, haben wir hier oben natürlich auch noch so einen kleinen Vektor auf einen 1-Stunden-Timeframe. Also das könnten wir uns im Endeffekt alles abholen. Klar, Heatmap sagt 27.800, würde auch ungefähr passen wegen einer 1-Stunden-Supply-Zone. Ja, 0,5er auch da. Besser wäre aber, wie gesagt, einfach hier oben das Golden Pocket, diese 1-Stunden-Supply-Zone hier oben noch und die Vektor-Candle abzuholen. Da hätten wir hier oben einfach viel, viel mehr Confluence und dann, sage ich mal, dass wir dann wieder runtergehen könnten. Für mich ist das jetzt, wir haben auch, ich kann es nicht oft genug wiederholen, wir haben gestern einfach auch schon drüber gesprochen, dass ich diese Woche erstmal mit so einem kleinen Reversal, zumindest am Anfang der Woche eben rechne, dass wir so letzte Woche sehr, sehr viel Short einfach gewesen, sehr, sehr viel Seitwärts nochmal, vor allem jetzt das Wochenende, dass wir jetzt erstmal ein paar Shorts liquidieren, 27.800 bis 28.400, das ist so ein bisschen die Range, die für mich jetzt erstmal gültig ist, um auch die Longline wiederum zu schließen, beziehungsweise um eine Short parallel aufzubauen und die könnten wir jetzt erstmal racken, eben ins Golden Pocket, das heißt im Endeffekt der ganze Bereich, den wir jetzt abverkauft haben, im Golden Pocket bestätigen, die Shorts raus racken, die Stop-Losses killen und dann wieder im Endeffekt runter in Richtung 25.300 und dann möglicherweise hier wirklich den allerallerletzten Abverkauf zu sehen, bevor wir dann wirklich eine nachhaltige Erholung, vielleicht auch endlich mal über 32.400 US-Dollar starten. Aber wie gesagt, das ist noch ein weiter Weg, wir haben dann auch das Sommerloch, was dann auch noch kommen könnte, wir haben sowieso auf den Exchanges sehr, sehr wenig Volumen, einfach momentan Liquidität, ja Engpässe würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben einfach momentan kein Volumen, was die Märkte wirklich bewegt, man sieht es nicht nur an den Kryptomärkten, man sieht es auch an den normalen Forex-Märkten beziehungsweise an den normalen Stock-Märkten, da fehlt einfach eine Menge Volumen momentan und da muss einfach mehr reinkommen. Wenn wir uns das kurzfristig sagen, also das ist jetzt wie gesagt mal so ein bisschen der übergeordnete Fahrplan, das können wir auch auf einem 4-Stunden-Timeframe so machen, sollten wir jetzt nochmal so eine kleine Gegenkorrektur jetzt im Laufe des Vormittags kriegen, wäre so der erste Zielbereich hier auf jeden Fall der Bereich 27.000, also hier gegebenenfalls nochmal neue Entry, vielleicht nochmal die Position ein bisschen erhöhen, vielleicht wird auch auf 100% vollstrecken und dann aber wie gesagt Ziel 27.8 bis 28.2, das sind so ein bisschen die übergeordneten Ziele, kurzfristiger Rückläufer möglich, auch aufgrund des Volumen-Peaks, was wir hier bekommen haben, der genau im Golden Pocket dann im Endeffekt stattfinden würde und natürlich auch der RSI, der ziemlich heiß gelaufen ist, muss man ganz ehrlich dazu sagen, deswegen so ein Rücksetzer vielleicht ist noch am Vormittag, wäre nicht schlecht, aber übergeordnetes Ziel 27.8 bis ungefähr 28.200 US-Dollar, das Golden Pocket anvisieren. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum, Ethereum habe ich auch gestern schon gesagt, gefällt mir charttechnisch einfach nicht, um hier irgendeinen Trade reinzugehen, natürlich kann man sagen, okay, ich mache BTC auf, dann mache ich natürlich auch Ethereum auf, wenn du dir aber nicht zu 100% sicher bist, dann mache ich das auch nicht, deswegen warte ich hier, vergesse ich lieber diesen Trade, konzentriere mich komplett auf BTC, bevor ich jetzt hier zwei Trades aufmache mit eventuell der gleichen Margin und so, da lieber die Finger von lassen, deswegen hier erstmal ein bisschen Seitenlinie gewesen. Wir haben jetzt erstmal den schönen Impuls bekommen, auch mit zwei schönen Volumen-Candles, endlich mal wieder, die vor allem auch mal das Volumen hier der letzten Tage mal ein bisschen rausgenommen haben. Ob das wirklich nachhaltig ist, wird sich zeigen, das Hoch haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal rausgenommen, wichtiger wäre aber hier dieser Hochpunkt bei ungefähr 1.876. Solange wir dieses Hoch hier nicht raus haben, haben wir kein höheres Hoch, das heißt immer noch so übergeordnete Seitwärtsphase. Auch hier natürlich gleiches Spiel wie bei Bitcoin, könnte es sein, dass wir im Laufe des Vormittags jetzt nochmal so einen Rücksetzer kriegen, wäre jetzt nicht wirklich dramatisch, einfach auch hier nochmal das Golden Pocket anzuvisieren. 1.837, 1.835 wäre so eine Marke, gegebenenfalls sogar das 0,5er Level bei 1.844, weil wir hier im Endeffekt auch die Range gebildet haben. Also das könnte noch sehr, sehr interessant werden jetzt die nächsten Stunde, müssen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Aber gegebenenfalls wäre das dann auch hier ein Re-Entry möglich, dass wir sagen, okay, wir warten jetzt noch auf die 1.844 bzw. 1.835, je nachdem wie die Price Action auch in diesem Moment da ist, kriegen wir einen radicalen Abverkauf dann natürlich nicht, kriegen wir aber so eine leichte Seitwärtsphase, das heißt wir galoppieren hier so minimal runter, immer in so Stückchenweise, dann würde es sich hier schon lohnen, um dann zumindest den Rebound in Richtung 1.910 bis 1.920 US-Dollar mitzunehmen. Auch hier oben liegt das Golden Pocket, wir haben eine Ineffizienz, wenn wir jetzt den Traders Reality Indikator noch anmachen, sehen wir auch, okay, wir haben hier so eine kleine Vektor-Candle auch noch vorliegen, also da kommt schon einiges wiederum da oben zusammen in diesem Bereich. 0,5er wurde jetzt schon fast anvisiert, also wir sind hier schon ein Stückchen weiter als bei Bitcoin, die 27.8, weshalb ich mir gut vorstellen kann, dass Ethereum hier locker das Golden Pocket abholt. Und eventuell, wie gesagt, hier unten nochmal so eine kleine Long-Position eröffnen, das ist jetzt erstmal der Fahrplan. Vom Risk her würde ich auf jeden Fall einen Stop-Loss unter das 0.786 erlegen, dann wären wir hier so bei ungefähr 1,23%, je nachdem, wo wir unseren Entry machen, also zwischen 0,7 und 1,2% wäre ungefähr unser Risk für die potenzielle Long-Position, die ich mir jetzt hier erstmal ausgedacht habe. Würde aber, wie gesagt, sehr, sehr gut passen, sollten wir dann hier unten eben reinkommen und dann eben diesen Rebound nach oben hin sehen. Also es sieht nicht wirklich schlecht aus, Märkte gefallen mir jetzt wieder ein bisschen besser, aber wie gesagt, das ist das, was wir gestern auch schon besprochen haben, dass es einfach ein bisschen bullischer jetzt heute, zumindest heute, vielleicht auch noch morgen reingehen könnte, aber übergeordnetlich immer noch ein bisschen eher davon ausgeht, dass wir die 25.300 US-Dollar sehen werden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch rüber zu den News, USDT versus USDC, USDC, die Stablecoin-Titan im Vergleich. Ihr wisst, ich war immer USDC-Fan, mittlerweile, nachdem das das letzte Mal passiert war, bin ich eher bei USDT-Fan. Mittlerweile, Tether wird ja, glaube ich, auch alle zwei Wochen, zwei Wochen oder zwei Monate, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, alle zwei Wochen kontrolliert. Außerdem hat Tether jetzt auch wieder positive Zahlen geliefert, das heißt, wir machen mehr Gewinn im Endeffekt und investieren auch ihre Gewinne dann wiederum im BTC, finde ich auch nicht so schlecht. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, was nutzt ihr momentan? Nutzt ihr USDT, nutzt ihr USDC oder nutzt ihr irgendeinen anderen Stablecoin? Schreibt es unten gerne mal in die Kommentare rein. Später kommt auf jeden Fall noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, was ich mache, aber mal gucken, irgendwas fällt mir schon ein. Und ja, dann war es das auf jeden Fall von meiner Seite. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Wie gesagt, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joint, das war es von mir und wir hören uns dann auf jeden Fall später wieder. Schönen, entspannten Tag, bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.